Wegen Bankrolle bei Bayer, Schick verzichtet auf Nationalelf. Für Patrick Schick ist diese und jene aktuelle Saison bislang eine zu einem Vergessen. Bei Bayer 04 kommt er Rad zu einem Zug. Um für einmal mehr in Elan zu besuchen, verzichtet der Stürmer jetzt selbst auf diese und jene Aufstellung für Tschechiens Nationalmannschaft. Eigentlich wollte Patrick Schick in dieser Saison einmal mehr neu angreifen. Nach zwei Spielzeiten, in denen er wegen Adduktorenproblemen, die Säse und jene letztlich betrieblich behoben werden mussten. 14 Monate weit fast rund um die Uhr fehlte, wollte der Mittelstürmer einen Neuanfang starten. Er sei topfit und wolle sich dem missgünstiges Verhalten stellen, hatte der 27-Jährige in dem Kicker-Fragegespräch in dem Trainingslager in Nunau-Eschingen streitbar erklärt. Doch bislang bringt die Säse und jene aktuelle Spielzeit für den Linksfuß schon Frust, um er eben rar welche erhält. Zwei Startelf-Einsätze, gegen Wolfsburg und in dem DFB-Becherglas in Jena, zusammen mit denen er keine Eigenwerbung bewirtschaften konnte. Kein Tor, kein Assist. Dazu noch drei Kurzeinsätze. Letzt zusammen mit den Topspielen in München, 1 zu 1, und gegen die Säse und jene AC Mailand, 1 zu 0, schmorte der Torjäger die Säse und jene kompletten 90 Minuten auf der Ersatzbank. Diesen Kontext möchte der so sensible Hühne jetzt unbedingt verändern. Schlimmer hätte er es für Schikrar besuchen können. Als Folge dessen hat er im Kompromiss mit Tschechiens Nationaltrainer Ivan Hasek darauf verzichtet, für die Säse und jene beiden Nations League-Wette gegen Albanien und die Säse und jene Ukraine in der anstehenden Länderspielperiode nominiert zu werden. Nationaltrainer Hasek traf Schick bei dem Bergspitze in München. Hasek erklärte zusammen mit der Bekanntgabe des Aufgebots an dem Freitag die Säse und jene Hintergründe. Eine Ausbotung Schicks, der zum Schluss zusammen mit den schlecht spielenden Tschechen keine Erfolgserlebnisse sammeln konnte und sich vorhanden selbst wegen der Spielweise des Teams keinen Elan für der die das ihm gehörende Amt in Leverkusen holten konnte. Stellt die Säse und jene Nichtaufstellung jedenfalls nicht dar. Auch so wie man dasjenige auf den ersten Sicht meinen könnte. So erklärte Hasek, dass er Schick bei dem Spitzenspiel in München getroffen und mit diesem Eingespräch geführt habe. Wir haben uns darauf geeinigt, dass er die Säse und jene Länderspielpausen nutzt, aufgrund dessen die Säse und jene kleinen Verletzungen auszukurieren. Die Säse und jene ihn zu Start der Saison behindert haben, und sich in Top-Form zu bringen. So kann es uns bei dem nächsten Zusammentreffen helfen, erzählte Hasek, der im Wesentlichen auf Schick setzen möchte. Sprach laut Schabbi Alonso sind alle Bayer-Profis für dasjenige Kiel-Sailing-Cityer-Woche-Wette-Firmen. Doch die Säse und jene Verankerung überraschte. Gehört Schick doch in allen Pflichtspielen dieser Saison bislang zu einem Leverkusener-Spieltagsaufgebot. Und an dem Freitag erklärte Leverkusens Trainer Schabbi Alonso, dass alle Spieler für dasjenige Bundesliga-Wette gegen Holstein Kiel-Sailing-Cityer-Woche an dem Samstag firm seien.